hallo und herzlich willkommen im gesarius gamer stube heute wieder mit einem video zur astra militarum challenge die ein jahres challenge ist schon ein bisschen weiter fort geschritten ich habe ein paar neue modelle bemalt und auch ihr seht es hier einen leman rust und um den soll es heute gehen wie bemalt man einen leman rust wie kann man das relativ gut machen wie sieht das ganze schick aus worauf muss man achten was für details gibt es was für coole sachen kann man mit diesem modell machen und dieses modell ist wirklich außergewöhnlich es gibt natürlich noch eine andere art von leman rust battle tanks dort könnt ihr quasi dann eine plasma variante bauen nichtsdestotrotz heute geht es um das gute stück hier das ist die verpackung so sieht es aus von games workshop jetzt wird es einmal ein bisschen dunkel jetzt zeige ich euch mal zwei modelle das ist modell nummer eins und modell nummer zwei kommt ja auch gleich reingeflogen und zwar ihr seht diese beiden tanks das die habe ich bemalt soweit so gut und das dauert gar nicht so lange zum einen und zum anderen ist das eine coole geschichte denn ihr könnt auch mit wenig aufwand könnt ihr coole details reinbringen wie jetzt hier zum beispiel diese fahne ja die habe ich mir besorgt die übergabe wie auch immer vielleicht kennt ihr jemanden der eine über hat besorgt euch eine da könnt ihr auf jeden fall ein cooles detail mit reinbringen das sieht schick aus und wertet euren panzer auch mit wenig mitteln gigantisch auf das ist bob bob steht einfach auf nahkampf aber er wurde halt zum panzer fahren verdonnert deswegen muss muss er zwei kettenschwerter haben ganz klar kennt ja jeder wenn man mit dem panzer unterwegs ist und das zweite kettenschwert vergessen hat dann darf man aber ein paar wasser kann es da schleppen nein nichtsdestotrotz bob ist findet das voll knorke mit seinem panzer durch die gegend zu fahren und da gibt es auch wirklich ein paar coole coole sachen die man daraus halt basteln kann wenn man jetzt hier so zwei tank commander nimmt und da zwei kettenschwerter ran macht das ist auf jeden fall immer mal ein blick wert und um mal ein bisschen vorweg zu greifen ihr könnt natürlich auch mit den decals könnte ich ja auch solche lustigen sachen machen ich liebe kardia kardia ist einfach knorke und kardia stands so wie bemalt man jetzt so ein nehmen das das ist relativ einfach ihr fangt mit der basis an dann nehmen wir das einmal ab damit das ganze modell aussehen könnt ich habe hier mehrere farben an der seite das könnt ihr hier vorne sehen ich hier jetzt müsste da mal so auf die linke seite gucken da sind die ganzen farben die ich benutzt habe ich grundiere das ganze mit hier zandri das das ist das kennt ihr auch schon vielleicht aus dem anderen video mit den infanteristen standard basis grundfarbe für mein farbschema vom astra militarum wenn ihr das gemacht habt dann sieht der panzer so aus greife ich mal woanders hin so zack dann hat das ganze noch sieht halt relativ grundiert aus noch nicht spektakulär und nichts man muss natürlich auch ein bisschen ein paar stellen ausbessern deswegen besorgt euch auf jeden fall hier so einen neuen pot für kleine ausbesserungsarbeiten so wenn ihr das dann gemacht habt das ganze schön lange trocken lassen trocknen lassen ist ganz wichtig da fangt ihr an mit dem tarnmuster und dazu nehmt ihr das gute alte castellan green und dann mit diesem mit diesem castellan green nehmen wir euch in etwas breiteren pinsel dickeren pinsel es ist so diese stärke hier ist eigentlich ganz gut ausreichend seht ihr hier ist nicht zu viel nicht zu wenig trag zwei schichten auf sprich überlegt euch muster hier so wie ich das gemacht habt gemacht habe dann habe ich erst oben gemacht also hier oben auf dem panzer selber und bin dann an die seiten gegangen und halt hier hinten hier hinten ist jetzt nicht so viel zu sehen und dann bin ich tatsächlich an die seiten angegangen also das hier hinten zum beispiel ist das immer ganz nett wenn da was ist und vorne das wie wie das jetzt ja auch ausschaut dass das ergibt einen ganz coolen effekt gibt natürlich auch bei jedem panzer so ein bisschen unterschiedliches schema dann sehen die auch nicht alle gleich aus macht auf jeden fall laune so wenn ihr das gemacht habt ihr müsst da zwei schichten auftragen also tragt wirklich zwei schichten auf und macht das dünn genug nichts ist schlimmer als wenn das zu dick aufgetragen wird die farbe ist relativ dick sehr große pigment dichte aber nach zwei schichten sieht schon echt klasse aus danach könnt ihr dann übergehen und zwar macht ihr die die ketten glieder die ketten glieder hier seht ihr das da und dort und dort und dort auf den ketten gliedern habe ich so eine metallic farbe hier von army painter play mail metal heißt das ganze seht ihr steht da ja auch das ganze sieht ganz knorkig aus eigentlich dass es wird ein bisschen dunkler definitiv wenn ihr die anderen schritte macht die ich euch jetzt gleich erkläre dann habt ihr schon mal die hälfte der miete eigentlich gemacht bei den waffen details und auch hier zum beispiel beim auspuff finden da habt ihr natürlich die möglichkeit ebenfalls zu variieren wenn ihr das ganze variiert sieht es halt auch noch mal ein bisschen unterschiedlicher aus der grad der details da muss man sich selber vorher ein bisschen gedanken machen was man jetzt tatsächlich davon silber anmalen möchte waffen solltet ihr nach möglichkeit auch immer im dunklen ton anmalen sprich da gibt es denn hier so eine art und gunmetal heißt das ganze das sieht ein bisschen anders aus aber auch nur leicht also da muss man dann wirklich schon das modell in die hand nehmen und genau hinschauen ihr könnt falls ihr euch nur eine farbe besorgen wollt könnt ihr natürlich auch kleine details hier mit diesem plate metal mail metal dings zeug da machen so wenn ihr das dann gemacht habt dann habt ihr schon mal recht viel geschafft je nach sponsen weapons sieht das dann ein bisschen unterschiedlich aus hier haben wir jetzt zwei unterschiedliche waffen ich bevorzuge eigentlich plasma werfer deswegen weil die halt noch mal diesen coolen blauen leuchteffekt geben hier zu sehen man kann ihn natürlich auch ein bisschen bewegen das ganz cool solltet ihr turnierspieler sein bietet es sich an die ganzen dinger zu magnetisieren wenn ihr allerdings in eurer lokalen gruppe ganz gemütlich spielt könnt ihr das auch so bauen und dann proxen also das glaube ich sollte nicht das problem sein so wir haben quasi die kettenglieder gemacht das ist der tarn anstrich ist dann auch drauf dann habe ich das ganze einmal mit dem guten alten nullen oil gewasht also das waschen habe ich über das gesamte fahrzeug gemacht das fahrzeug ist von der größe her gerade noch so dass es ordentlich aussieht wenn ihr das wasches macht normalerweise solltet ihr fahrzeuge mit einem zweiten anstrich vielleicht eher versehen damit das ähm ja das sieht bei größeren fahrzeugen einfach besser aus sonst kriegt ihr so ein kaffee verwisch effekt ähm das sieht dann nicht schön aus aber bei der größe geht es noch und gerade wenn ihr später details auftragt sieht es ähm fällt es gar nicht mehr so auf und es wirkt alles ein bisschen dunkler ich meine imperiale panzer ja die müssen im dreck wühlen stellt euch mal einen sauberen imperialen panzer vor wo kommen wir denn da hin nach amageddon höchstwahrscheinlich strafkompanie 23 alpha mit dem formular 39 b so wenn ihr das dann gemacht habt wartet wirklich lange sehr lange bis das getrocknet ist das ist das ist sehr wichtig denn ähm wenn ihr dann anschließend tatsächlich hier mit dem under half ash das ganze ein bisschen dry brushed gerade so diese kanten dann ähm sollte das trocken sein sonst verwischt ihr das und dann macht ihr euren pinsel auch so ein bisschen ähm kaputt dry brushen ganz wichtig ähm wirklich nur denselben pinsel immer benutzen für für eine farbe es sei denn ihr macht das wirklich komplett sauber den pinsel lasst das ewigkeiten trocknen weil das sagt der name ja schon dry brush ist das ist halt ein trockener abbürst pinsel so und dann habt ihr das ganze ähm mit so feinen konturen versehen das ähm sieht man ja hier oben sieht man das jetzt sehr gut das ähm sollte immer noch dezent wirken also tupft das vorher so lange ab bis ihr da nichts mehr drauf habt auf eurem ähm pinsel und das wirklich nur relativ wenig wenig ähm abgeht davon und macht lieber so eine seite mit drei vier fünf ähm dry brush abtupf arbeiten dass ihr quasi dann ähm auch wirklich vernünftige akzente dahin bekommt ähm ideal bietet sich bei panzern jetzt nicht so ein super benutzter an ich halte das jetzt auch nochmal in die kamera ja da sieht man das ist von army painter ähm wenn der pinsel neu ist ist der noch nicht so zerfranst und ähm gerade und dann könnt ihr natürlich so hier nicht einfach so stumpf da drüber gehen links rechts oben unten sondern ihr könnt gezielt quasi wirklich auch die konturen nachzeichnen so wenn ihr das dann gemacht habt das solltet ihr natürlich auch ein bisschen abwarten bis sich das da festgesetzt hat und auch schick ist dann sieht der panzer schon mal erst einmal ziemlich vernünftig aus anschließend solltet ihr tatsächlich die decals auftragen hier nomine imperator steht hier zum beispiel kardia man sieht das ist ein bisschen mit dreck verschmiert und hier kann man das dann auch noch ein bisschen sehen hier vorne ähm welche decals ihr jetzt genau nehmt das ist natürlich euch überlassen macht es so dass es schick aussieht hier so mit zwei toten köpfen zum beispiel und es ist ja auch immer die frage ähm habt ihr jetzt so eine fahne dran dann kann man zum beispiel hier so kompanie äh nummern mit daran machen ähm noch ein schriftzug dazu 812 der panzer oder von der 812 kompanie so ein paar abschuss abzeichen das sieht auch immer ganz nett aus ähm ja es gibt natürlich auch noch möglichkeiten zum beispiel das rohr hier vorne jetzt ein bisschen schwarz zu machen das nach hinten laufen zu lassen und ähm damit das ein bisschen gebrauchter aussieht das ist bei mir relativ ja die sind noch nicht so häufig gebraucht worden deswegen ist das noch nicht so schwarz so genau wenn ihr das dann gemacht habt dann seid ihr schon mal mit einem ziemlich großen groß durch vom panzer also ihr habt schon 95 prozent der miete geschafft für die plasma waffen empfehle ich euch das ceramide white wenn ihr das auftragt auf die plasma gondel dort sag ich mal ja jetzt hat die kameras auch fokussiert hier und auf der anderen seite natürlich auch nehmt ein bisschen gilly man blue glaze heißt das zeug ähm pinselt das da drüber dann kriegt ihr da so einen richtig coolen plasma effekt mit hin ähm ja bietet sich auch vielleicht an da nochmal trocken zu bürsten drüber mit einem weiß ähm da habe ich hier zum beispiel wo ist das the dry long beard grey heißt das hier das würde halt funktionieren das muss man nicht machen sieht aber auch äh ganz schick aus das habe ich bei meinem repulsor gemacht von den space marines ähm anschließend könnt ihr falls ihr auf rost steht hier nochmal so ein typhus corrosion das ist eine coole farbe man sieht jetzt hier wenn ich das richtig hin halte es ist da unten so ein bisschen das hat sich abgesetzt ja dann müsst ihr mal ein bisschen schütteln und schon ist es weg ähm da kann man richtig geile effekte mitmachen aber meine sind noch nicht so verrostet für gelände stücke ist natürlich noch viel geiler kann man mal so ein paar alte dinge machen falls man ein paar teile über hat von dem lieben was zum beispiel da bleibt immer irgendwas über so bits kann man dafür mit benutzen dann ähm sehr sehr geil ähm der letzte finale schritt der gibt eurem panzer so richtig den letzten ähm schliff noch das ist dieses sterland battle meyer ursprünglich ist das eigentlich für texturen ähm für bases gedacht da pinselt ihr das auf ähm ein base drauf und habt dann quasi auch hier ganz viel das sieht so ein bisschen körnig aus der kann man jetzt gar nicht so richtig sehen vielleicht wenn ich das hier so ein bisschen hinhalte ja doch man sieht das am deckel da so ein bisschen ja das ist so ein bisschen grobes zeug ähm packt das auf eure malunterlage falls ihr dann teller habt oder sonstige sachen was ähm sich dann auch anbietet ist ich habe hier direkt auf der linken seite so eine bastelschublade ähm nehmt so ein ding schneidet das hier einfach irgendwie auseinander und dann ähm schaut dass die poren relativ porig sind und er tupft damit auf dem dings drauf rum auf dem teller und nehmt das dann tupft das dann direkt hier so an der kante überall ab es bleibt ein bisschen mehr schmatter dran hängen als wenn ihr jetzt zum beispiel nur ein huppala als wenn ihr so ein ganz normales braun nehmen würdet ja ähm das sieht einfach schöner aus deswegen wirklich tatsächlich diese funktionsfarbe hier ähm diese texturfarbe äh ihr könnt das auch ein bisschen steuern wenn ihr das mit einem äh ja mit einem größeren pinsel rausholt ähm aus der tube hier dann kriegt ihr mehr so mehr von dem zeug also nehmt den großen pinsel da kriegt ihr mehr von diesen äh kügelchen da mit rein und ähm das tragt ihr dann wirklich tatsächlich komplett auf den panzer dort wo ihr es hinhaben möchtet hin ähm hier vorne zum beispiel bietet sich an dass das halt wie wie das natürlich dann aussieht ne dass der dreck da quasi rüber spritzt und dass die eben halt dort auch ein bisschen hinten dreck haben natürlich die panzer vielleicht hier hinten ein bisschen was ähm ja so könnt ihr auch hier vorne so bei der laser kanone kann man das auch ganz gut sehen ähm da habe ich das auch ein bisschen ähm mehr drauf gemacht davon und dann kriegt das halt einfach so diesen letzten schliff ja das sieht aus als wenn er tatsächlich aus dem äh gefecht stammt hier sieht man das da ich versuche da mal mit dem pinsel ohne hinzugehen da an der stelle sieht man zum beispiel so wirklich so ein paar kügelchen die da hängen geblieben sind ähm hier sieht man auch ein bisschen mehr direkt es wirkt natürlicher und so könnt ihr tatsächlich euren leman rust oder eure leman rust company recht schick machen mit echt wenig aufwand und auch mit relativ moderaten anzahl an farben ich schiebe das hier noch mal hin ich habe hier noch mal für das gesicht von den von den vom tank commander dort da ist bob habe ich da noch mal so eine gesichtsfarbe man muss ein bisschen rumprobieren traut euch da ruhig was zu machen also ihr könnt das auch nicht wirklich verhunzen das modell in der not gibt dem noch mal neuen anstrich oder ihr könnt es ja auch teilweise tatsächlich hier das abnehmen und dann solltet ihr auch tun also quasi das separat bemalen dann habt ihr hier genügend experimentierfläche auch ja und es sieht halt schick aus wenn ihr die schritte so nacheinander macht man kann das natürlich auch ein bisschen mixen und andere farben benutzen aber nichts desto trotz die die abläufe sind ja halt immer immer das gleiche wenn euch das video gefallen hat wenn dir das video gefallen hat lass einfach mal so ein like da wird mich sehr freuen falls du auch ein paar coole panzer hast ja lass es mich wissen in den kommentaren ich poste euch auch noch ein reddit link rein dort poste ich hin und wieder mal ein paar bilder von der challenge die ich gerade so aktuell bemalt habe ich bin immer ein bisschen weiter als tatsächlich der video stand ist coole sache im nächsten video werde ich euch ein bisschen was zu den lehman russ panzern erzählen wie man mit denen quasi in die schlacht ziehen kann denn das ist das universelle arbeitspferd oder arbeitstier der imperialen armee und lohnt sich auf jeden fall allemal so zwei bis vier stück davon zu haben in moderaten matches vielen dank fürs anschauen des videos knorkige geschichte und ja commander visarius meldet sich ab knorkige geschichte und cocktails wir